Mobile Marketing. Warum es immer wichtiger wird, erfährst du in diesem Video. Mein Name ist Saad Chamu aus dem Marketing der A&M und ich möchte euch heute so ein bisschen was zum Thema Mobile Marketing erzählen. Was ist das überhaupt? Legen wir doch einfach mal direkt los. Letztendlich erklärt sich der Begriff so ein bisschen von selbst. Kommt aus dem Englischen und es geht halt darum, dass man gezielte Werbung extra für Handynutzer, wobei ich jetzt das Tablet auch noch dazu zählen würde, also Mobile, aber auch Tablet so ein bisschen, dass man direkt die Werbung dahin spielt. Es ist halt einfach Fakt heutzutage, dass kein Mensch mehr extra Facebook auf dem Rechner aufmacht. Ja, das machen immer noch manche, aber allein aus unseren Statistiken ist hervorzusehen, dass 95 Prozent der User das auf dem Handy nutzen. Umso wichtiger wird es natürlich, dass du, wenn du deine Anzeigen oder dein Marketing gestaltest, dass du das optimierst aufs Mobile Marketing. Sprich, du musst quasi alles, was du designst, was du erstellst, nicht auf einen riesen Bildschirm projizieren, sodass es dann schön und gut aussieht. Es geht halt darum, klein und effektiv zu sein, weil das Handy ist halt maximal diese Größe und gerade was jetzt so Headlines, Überschriften, kleine Texte, Aktionen, bunte Grafiken, jetzt kommt es umso mehr auf die Details an. Du musst in einem kleinen Quadrat sozusagen die wichtigsten Punkte zusammenfassen, als eine Headline sozusagen rausbringen, weil du hast nicht so viel Text. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Aktion hast und da jetzt erst mal so viel Text nur hast, wo die Aktion erklärt wird, das bringt nichts. Du musst auf einen Punkt kommen, genauso wie bei der Grafik. Es geht jetzt nicht mehr darum, dass man auf einer großen Fläche so viel rüber transportiert, sondern es muss wirklich auf einer kleinen Fläche sein. Die wichtigsten Punkte müssen genannt werden und dann muss man das natürlich anpassen. Wenn du bestimmte, nehmen wir mal Instagram als Beispiel, da gibt es jetzt auch noch die Reels, die sind ein bisschen länger und dann gibt es die Storys, die sind auch ein bisschen länger, dann gibt es das normale Feed, die sind dann ein bisschen kürzer, quadratisch und genau darauf kommt es letztendlich an, dass man seine Werbung immer auch der Plattform ein bisschen abhängig erstellt. Bei uns persönlich gibt es ein Team, die machen bestimmte Facebook-Werbung, bestimmte Instagram-Werbung und da will ich auch gar nicht mehr ins Detail gehen. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, wenn das schon immer für dich Thema war, wie setze ich meine Werbung richtig, wir helfen dir dabei und finden dabei auch noch natürlich passende Neukundenanfragen oder Mitarbeiter. Da fährst du bei uns im kostenlosen Erstgespräch, wie das funktioniert. Trag dich gerne ein und bis zum nächsten Video. Trag dich gerne ein und bis zum nächsten Video.